Und ich möchte Oliver Hasemann noch hier nach vorne bitten, den haben Sie vielleicht eben schon in der Pause kennengelernt. Er hat Raumplanung studiert in Dortmund und in Portugal und hat jetzt ein autonomes Atelier. Ja, Portugal, ein autonomes Architektur-Atelier und wird da, ja, das Autonomen ist wichtig, oder? Kannst du ja gleich mal was zusagen, habe ich mich nämlich schon gefragt. Ist mir gleich aufgefallen im Namen, aber ich lasse dich mal hier auf der Bühne. Genau, ja, moin aus der Landeshauptstadt Bremen hier in Schöne-Saarland, in die Landeshauptstadt Saarbrücken. Fand ich gut, also wir würden uns nie als Landeshauptstadt bezeichnen, aber de facto sind wir es natürlich in Bremen. Es wäre schwierig, wenn das Bremerhaven wäre. Genau, nee, das Autonomen Architektur-Atelier, das ist tatsächlich mein Büro oder das von mir und meinem Partner. Und klar, das kommt wie bei den Urbanisten im Prinzip aus der Gründerzeit in der Küche, als wir noch relativ unabhängig einfach erstmal angefangen haben, den Stadtraum zu erkunden. Genau. Ich muss aber auch sagen, da keiner von uns in der Architektenkammer ist, können wir das natürlich auch nicht als Berufstitel führen. So, ich habe ebenfalls in Dortmund Raumplanung studiert, auch ein Semester in Portugal und werde über Zwischennutzung sprechen jetzt anhand von Beispielen. Aber auch, da das jetzt momentan, wir haben vor zwölf Jahren damit angefangen, das Projekt umzusetzen in Bremen. Da war das wirklich noch so ein Nischenthema oder auch ein Thema, das insbesondere aus den neuen Bundesländern kam. Da insbesondere im Zusammenhang mit leer stehenden Wohngebäuden, gar nicht so sehr mit Gewerbe- oder Ladeneinheiten. Inzwischen, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mit Corona, mit der Erkenntnis auf einmal, dass die Leerinnenstädte gerettet werden müssen oder leer stehen, hat auch Zwischennutzung als Schlagwort nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen und ist eben auch irgendwie in aller Munde. Deswegen ganz kurz, so ein bisschen von unserer Seite, wie wir Zwischennutzung definieren. Natürlich über den Leerstand und darüber, dass es sozusagen eine vorübergehende Nutzung ist. Und natürlich darüber, dass es ein formelles Verhältnis ist, wenn wir über Zwischennutzung sprechen. Das ist keine informelle Nutzung oder das ist auch keine Nutzung, die einfach so unter der Hand passiert, sondern da geht es immer schon darum, dass da zwei Parteien einen Vertrag geschlossen haben miteinander. Und in der Regel, in unserer Vorstellung, läuft das im Wesentlichen gegen die Übernahme der laufenden Kosten. Und dafür ist es dann eben die Zeit begrenzt oder die Verträge sind kurzfristig kündbar. So und genau, Gebäude können auch brachend sein. Auch ganz kurz zu den Vorteilen. Die liegen eigentlich natürlich auf der Hand, sind nicht immer so ganz einsichtig, weil sozusagen diese Vorteile dann gegenüber dem Aufwand oder den Vorurteilen nicht unbedingt die Überhand haben. Aber aus unserer Sicht geht es natürlich vor allem auf der einen Seite klar, die Leerstände werden belebt. Das zieht wieder Leben ein in das Gebäude selbst, in die Umgebung. Es können dort erstmal Ideen und Initiativen sich ausprobieren. Es geht natürlich auch für den Eigentümer darum, dass er weniger Kosten damit hat, dass die Immobilie in Stand gehalten wird. Und generell sind es einfach Experimentierorte da, können sozusagen die Potenzial an leerstehendem Raum und von Ideen, die Menschen mit sich herumtragen, zusammenkommen. Und dann auf Zeit eben erprobt werden. Es kann sein, dass es funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert, man wieder auszieht. So, Herausforderung an erster Stelle wirklich Eigentümer überzeugen. Auch da ein ganz großer Punkt, den wir gerade auf der Frühphase hatten, Eigentümer, die besorgt waren, dass sie die Zwischennutzer nicht wieder rausbekommen, dass das sozusagen alles verkappte Hausbesetzerinnen sind. An vielen Stellen würde ich fast sagen, eigentlich müssten sich die Eigentümer eher Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt an Zwischennutzerinnen kommen, die in ihre Leerstände einziehen wollen. Klar, aber das ist natürlich eine Frage davon, Vertrauen aufbauen, vertragliche Absicherung, wie sieht es mit der Haftung aus, wer ist gegen was versichert. Das sind alles so Sachen, wo wir auch einfach Handreichungen geben und unterstützen. Natürlich muss es irgendwie eine Organisationsform geben. Anderenfalls ist es auch schwierig, natürlich miteinander Verträge zu schließen. Man muss schon irgendwie auch überlegen, was passiert in dem Fall, dass das Projekt erfolgreich läuft und sich verstetigen will, kann es an der Stelle bleiben. Muss irgendwie ein alternativer Standort gefunden werden, kann man den finden. Und natürlich ist nicht jede Lage, gleich einfach oder gleich ähnlich zu bespielen, sondern man muss natürlich gucken, was ist im Umfeld, was für interessierte Nutzerinnen kann es da geben. So, und dann muss man, habe ich jetzt nochmal ein bisschen unterschieden zwischen so ganz befristeten Sachen, die wirklich nur irgendwie auf Wochen oder Monate laufen, also die natürlich einfach irgendwie so eine punktuelle Belebung erzeugen, die natürlich schon das Potenzial haben, da relativ kurzfristig relativ viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das hatte ich ja vorhin bei dem einen Punkt auch schon erwähnt, dass natürlich auch ein ganz starker Punkt ist, erstmal Leute irgendwo hinzubringen, wo sie vorher noch nicht waren und auch bestimmte Orte einfach erstmal so in die Wahrnehmung zu ziehen, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. So, es ermöglicht natürlich auch auf Zeit ganz unterschiedliche Nutzerinnen anzusprechen und es reduziert natürlich auch so ein bisschen den Ressourceneinsatz. Das gilt insbesondere auch für Brachflächen. Also bei Gebäuden kann man in der Regel davon ausgehen, dass da irgendwie Wasser, Strom, Sanitäranlagen sind, vielleicht auch Heizung. Bei Brachflächen draußen muss das natürlich alles irgendwie hergestellt werden und irgendwann muss es dahintragen und irgendwann muss es wieder zurücktragen und so weiter. Mal davon abgesehen, im Winter sind die meisten Brachen jetzt noch nicht so attraktiv. Unbefristet sind dann eher, darunter würde ich dann sozusagen solche Nutzungen verstehen, die jetzt nicht auf einem festen Zeitraum geschlossen sind, sondern die mit einem kurzfristig grundbehrenen Zeitraum laufen. Wo es natürlich sein kann, dass man dann innerhalb von zwei, drei Wochen, drei Monaten da raus muss, aber die natürlich, solange sie laufen, einfach die Möglichkeit geben, diese Räume zu erproben, die untereinander agieren, die im besten Fall natürlich auch die Nachbarschaft mit einbeziehen. Und vielleicht zum ganz konkreten Projekt ZZZ in Bremen. Das ist unsere Philosophie, gerade auch schon erwähnt, dass wir natürlich da ganz stark aus unserer Sicht von Potenzialen sprechen. Also Gebäude, Häuser, Läden, die leer stehen, das sind einfach Potenzial. Das sind Orte, mit denen man was machen kann. Das ist sozusagen nicht irgendwie der gebrauchte Müll von gestern, den man abreißen und irgendwie durch Naubauten ersetzen sollte, sondern das sind einfach Flächen, mit denen man auch jetzt was machen kann und wo man auch über eine Nutzung sozusagen Perspektiven aufzeigen kann. Und wir verstehen uns als die, die jetzt schon auf Zeit erstmal diese Flächen wachküssen und wieder in Nutzung bringen. Das ist so ein bisschen das Organigramm der ZZZ, also ZZZ Zwischenzeitzentrale. Das ist ein Projekt der Stadt Bremen, das von drei Ressorts finanziert wird. Ich merke gerade, die Folien sind so ein bisschen falsch sortiert. Es wird von drei Ressorts finanziert. Das ist auf der einen Seite die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Also es sind das Wirtschaft, Bau und das Finanzressort, die das finanzieren. Und wir als AAA GmbH sind Auftragnehmer der Stadt Bremen für dieses Projekt. Und wir sozusagen in der Umsetzung treffen uns regelmäßig mit einer Lenkungsgruppe aus den finanzierenden Ressorts. So, da sind dann die Vertreter dieser Ressorts drin. Da sind auch VertreterInnen des Senats für Kultur drin. Und die Wirtschaftsförderung und die Immobilien Bremen sind stadteigene Betriebe, die im Wesentlichen die Liegenschaften des Landes Bremen verwalten, die sozusagen als Eigentümer von Leerständen und Brachen oder von städtischen Leerständen und Brachen einfach natürlich interessant sind, weil sie über die auch entscheiden und verfügen können. Und dazu gibt es auch noch einen Beirat, mit dem wollen Sie irgendwie zweimal im Jahr treffen, eben mit Institutionen aus der Bremer Stadtgesellschaft. Eigentümer wie Haus- und Grundgesellschaften, die Architektenkammer ist dabei. Der Club Dialog ist die Vertretung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bremen, mit dem wir dann sozusagen auf so einer Beiratsebene uns austauschen über die laufenden Projekte und Geschehnisse. Die Lenkungsgruppe ist aber insbesondere wichtig, weil in der zum einen festgelegt wird, woran wir konkret arbeiten, wo aber auch eben ganz konkret die Projekte, an denen wir arbeiten, sozusagen vorgestellt und auch eben die Herausforderungen und Probleme thematisiert werden. Das heißt, wo hakt es, wo treten vielleicht Beschwerden auf, wo ist es wichtig, einen Kontakt in die Verwaltung oder zur Bauordnung herzustellen. Wo kann es sozusagen aber auch von anderer Seite Unterstützung geben. Das hat sich über die Jahre ziemlich gut etabliert. Einfach auch als ein Forum, wo die Projekte dann weiter in die Verwaltung reingetragen werden können. Und dass eben auch einfach eine generelle Akzeptanz da ist und auch die Prozesse verstanden werden, wie Zwischennutzungen funktionieren. Genau. Da ist die Folie, die eigentlich davor hätte sein sollen. Finanziert, oder das Projekt gibt es seit 2009. Wir sind jetzt momentan in der Phase 2020 bis 2024, wo wieder nochmal neu das Projekt aufgesetzt wurde, wieder von uns umgesetzt wird. Wir sind jetzt mit ungefähr anderthalb Stellen da beschäftigt. Und zusätzlich dazu gibt es auch einen Projektfonds, mit dem wir Zwischennutzungsprojekte ganz praktisch unterstützen können in der Umsetzung ihrer Projekte. Das heißt, wenn es irgendwie Bedarf an Gutachten gibt, kleinere Investitionen, Versicherung und solche Sachen, dann können wir das darüber tragen. Das sind 120.000 für vier Jahre. Für bauliche Maßnahmen ist das natürlich sehr wenig. Für andere Dinge ist es relativ viel. Und es hilft natürlich vielen Projekten auch darüber, irgendwie eine Kofinanzierung zusammenzubekommen. Ich habe nochmal die konkreten Ziele herausgeschrieben, die in unserer letzten Ausschreibung drin stand. Und man sieht so ein bisschen natürlich, das, was ich erwähnt hatte, ist da natürlich auch mit drin. Und es geht schon ganz stark natürlich auch um öffentlichen Leerstand, auch um sozusagen Prozesse zur Aufwertung und Reaktivierung. Aber es ist auch eben, wie man sieht, ganz stark darauf ausgerichtet, dass eben bestimmte Nutzerinnengruppen angesprochen werden. Also ganz klar die Kultur- und Kreativszene. Experimentelle Nutzung sollen unterstützt werden. Und das eben auch nicht nur irgendwie in Innenstadtlagen, sondern eben im gesamten Bremer Stadtgebiet und gerade auch in Stadtteilen mit Erneuerungsbedarf. Und wenn man so ein bisschen in unsere praktische Arbeit einsteigt, dann ist es eben nicht so eine reine vermittelnde Funktion. Also nicht wie ein Makler, der irgendwie angefragt wird, habt ihr einen Leerstand, wir suchen da was, oder ein Eigentümer kommt zu uns und sagt, ich habe hier etwas Leerstehendes, habt ihr nicht einen Nutzer? Ja, das gibt es auch, klar. Aber wir kommen so ganz stark eigentlich selbst aus dem Machen von Projekten, haben also selbst quasi auch Zwischennutzungsprojekte gemacht. Und das ist das, was wir so ein bisschen einfach auch in die ZZZ mit eingebracht haben, dass wir selbst Ideen, Konzepte entwickeln für leerstehende Gebäude, überlegen, wie kann eine Nutzung aussehen, was für Nutzerinnen können da drin sein und dann auch in einer konkreten Abwicklung einfach aktiv sind. Das hat auch ganz praktische Gründe, weil gerade bei größeren Objekten es nicht so einfach ist, unter den Zwischennutzerinnen direkt jemanden zu finden, der jetzt einen Vertrag abschließt mit dem Eigentümer für sich und nochmal 20 andere, die er gar nicht kennt. Deswegen sind wir als AHA GmbH in dem Sinne dann diejenigen, die ja mit dem Eigentümer den Hauptmietvertrag schließen und dann kleinteilig untervermieten. Alleine, um überhaupt diese Zwischennutzungen dann zum Laufen zu bringen. Und natürlich auch wir als sozusagen diejenigen, die das seit Jahren umsetzen, auch eine entsprechende Reputation oder entsprechendes Vertrauen sozusagen gegenüber den Eigentümern mitbringen. Das ist natürlich auch ein Manko, wenn man so guckt, glaube ich, deutschlandweit, was so Projekte der Kultur- und Kreativszene angeht, weil die natürlich immer daran hängen, dass es jemanden gibt, der diese Rolle einnimmt. Das ist natürlich die Erfahrung, dass städtische Liegenschaftsämter oder Immobilienverwaltungen bei sowas nicht so flexibel reagieren können, beziehungsweise natürlich auch den klassischen Hierarchien unterliegen und natürlich auch den ganzen anderen Auflagen, die sozusagen damit einhergehen, während wir da doch flexibler reagieren können. So, natürlich unterstützen wir auch Projekte in der Umsetzung, eben nicht nur mit Finanzen, sondern auch bei so ganz elementaren Fragen, wo kriege ich Fördergelder her, was muss ich überhaupt machen, um jetzt ein Projekt zu starten. Wir helfen in der Bearbeitung von Bauanträgen, wenn sozusagen, ja, kann sein bis hin zu Nutzungsänderungsanträgen, aber in der Regel schauen wir natürlich schon, wie kann man für Projekte, die wirklich nur auf Zeit angelegt sind, irgendwie sowas wie eine Duldung erreichen, sodass zumindest für ein Jahr jetzt nicht komplett eine Änderung da erreicht werden muss, sondern dass man erstmal irgendwie, ja, zeitlich abweicht und das geduldet wird von der Stadt. Und eben natürlich immer mit Blick darauf, dass der Brandschutz und die Fluchtwege und so weiter gesichert sind und das alles eingehalten wird. Es geht ganz stark um die Beratung von den Interessentinnen, Eigentümern, auch von den Projekten, wo natürlich irgendwie viele einfach irgendwie vielleicht auch selbst einfach schon einen Ort gefunden haben und dann einfach da noch ein paar Informationen brauchen, Unterstützung der verschiedensten Art. Es ist das, wirklich dieses klassische Vermitteln. Und das ist eben auch nicht nur so auf Zwischennutzungsebene, muss man sagen. Wir sind da einfach als eine Institution sozusagen in Bremen, die irgendwie auch Räume anbietet, werden wir irgendwie, ja, von allen angefragt, die Räume suchen mehr oder weniger. Also bis klassisch zu Handwerksbetrieben, die ja Versuche sind nach Flächen oder Lagerhallen oder irgendwie was, weil irgendwie einfach klar ist, okay, ich suche eine Fläche, da kann ich auch da nochmal anfragen, vielleicht wissen die ja was. Und das bedeutet aber auch, wir vermitteln da nicht nur in andere Zwischennutzungen oder nur in Zwischennutzungen, sondern einfach auch, wenn wir irgendwie wissen, dass irgendwo was leer steht, dann geben wir eben den Kontakt weiter oder geben da Hinweise oder vermitteln eben auch die entsprechenden Ansprechstellen oder anderen Ansprechpartner. Das ist aber natürlich auch so ein Netzwerk, das sich einfach darüber entwickelt hat, dass wir jetzt seit über zwölf Jahren das machen. Und das ist sozusagen ja auch nochmal, ja, nur eine unserer Aufgaben ist natürlich auch einfach mit den handelnden Akteuren auf Stadtteil- und Stadtebene dann vernetzt zu sein. Also sowohl sozusagen in Verwaltung und Politik als natürlich auch in den Stadtteilen. Je nachdem, auf was man da arbeitet, Projekten und so weiter, natürlich auch Quartiersmanagement, Stadtteilmarketing, die lokalen Beiräte in den Stadtquartieren, die natürlich auch alle bestimmte Interessen mit solchen Projekten verfolgen. Und gerade wenn man auf Quartiersebene arbeitet, sind natürlich die Akteure wesentlich wichtiger als die, die auf gesamtstädtischer Ebene arbeiten. Genau, das Projekt ist eigentlich gestartet damals mit Förderung der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Das heißt, der Bund hat damals in der Initiierung des Projekts 2009 bis 2012 die Hälfte der Kosten getragen des Projekts, die andere Hälfte die Stadt. Und seit 2012 wird es sozusagen in so einem Vierjahresturnus alleine von der Stadt Bremen finanziert. Genau, wir waren auch Teilnehmer von zwei Urbeck-Projekten. Da habe ich ja auch Heike Magis kennengelernt. Und in dem Zusammenhang kann ich auch wirklich nur für diese Austauschprojekte plädieren, weil man lernt da natürlich unglaublich viel, wie in anderen Städten, wie in anderen Ländern mit so einer Problematik umgegangen wird. Und kleiner Funfact ist immer, die Italiener, die in Bremen waren, die meinten immer, das ist alles bei euch so unbürokratisch, bei uns ist das viel schlimmer. Also das, was wir sozusagen immer so als Manko wahrnehmen, im Blick von außen, haben wir gefühlt eine total schlanke Bürokratie. Wobei man sagen muss, in Italien machen sie es dann einfach so an der Bürokratie vorbei. Dann denkt man sich auch, okay, das ist so kompliziert, dann machen wir es lieber, ohne jemanden zu fragen. Das war aber auch wirklich der Grund, warum der Projektpartner aus Rom dabei war, weil sie wollten jetzt einfach mal diese ganzen Hausbesetzungen legalisieren und das auf einer Ebene, wo man auch richtig gut entscheiden kann, weil sie festgestellt haben, sie können nicht einfach alle raus, also sie können nicht nur die Blöden rausschmeißen, sondern auch die Guten, wenn sie es gerecht und transparent machen wollen und deswegen wollten sie sozusagen dafür jetzt auch eine formelle Lösung mal haben. Genau, und ich würde jetzt einfach in so ein paar praktische Projekte einsteigen, um so ein bisschen nochmal zu illustrieren, wie wir arbeiten. Das ist jetzt auch mal ein innerstädtisches Projekt. Stimmt, wenn man nochmal zurückgeht. Die Innenstadt ist jetzt nicht so explizit aufgeführt bei unseren Projekten. Das ist tatsächlich auch wirklich so, dass wir mehr um die Innenstadt herum arbeiten in Bremen. Das war jetzt aber ein Projekt, wo wir wirklich mal eine Fläche bekommen haben oder auch irgendwie da wirken konnten. Da hat die Stadt eine Passage gekauft. Die sollte eigentlich abgerissen werden für ein innerstädtisches Shoppingcenter, was dann irgendwie daran gescheitert ist, dass es nicht entsprechende Investoren gab, die das machen wollten. Und dort konnten dann sozusagen die leerstehenden Ladeneinheiten für Zwischennutzung geöffnet werden. Das ist hier ein Beispiel, das ist einfach ein Möbelladen sozusagen, der mit Second-Hand-Möbeln handelt. Also die Sachen, die sie sozusagen gefunden haben, die sie irgendwie angeboten haben von Leuten, die die nicht direkt auf den Sperrmüll bringen wollten. Auch ein bisschen ergänzt um ein Sortiment von Kleidung, Textilien, die sie da mitverkauft haben. Die es eigentlich erst online gemacht haben und dafür immer einen Laden gesucht haben. Und in dem Zusammenhang war es natürlich super, dass man eine Fläche hatte in der Innenstadt mit entsprechender Laufkundschaft, wo die Leute einfach das auch sehen konnten, was sie anbieten. Die waren da, glaube ich, über zwei, drei Jahre als Zwischennutzerinnen drin und konnten sich dann auch ein reguläres Ladengeschäft in Bremen mieten. Es war aber auch ein Ort, wo einfach unkonventionelle Nutzungen stattfinden konnten. Man sieht das so ein bisschen Factory Non-Essentials. Das war einfach eine Kleidertauschbörse, die für zwei Wochen da einfach gebrauchte Kleidung getauscht hat. Irgendwie schon im Ambiente von dem Laden, dass man den Eindruck hatte, man ist in einem Bekleidungsgeschäft. Aber es ging im Wesentlichen natürlich schon darum, dass man die einen seine eigene gebrauchte Kleidung da abgeben konnte und andere sozusagen da kaufen konnte für eine Spende oder auch einfach für umsonst. Und wir hatten hier auch ganz experimentelle Nutzung sozusagen. Eine Art Co-Working-Space mit Kaffee und Tagungsräumen, die dann auch da wieder nochmal andere Veranstaltungsformate nach Bremen gebracht haben. Das ist der Landspeed. Das ist eigentlich so ein Konzept aus Schweden, dass man da eine Mittagspause tanzt, eine halbe Stunde oder so sich wirklich bewegt und entschlackt sozusagen und dann wieder zurück ins Büro geht. Das sind im Hintergrund im Wesentlichen Mitarbeiter von der Versicherung oder so, von der AOK, die da um die Ecke ihr Büro hatten, die dann einfach immer da rübergekommen sind. Und da war es dann auch so Christian Leon, der es gemacht hat, der hatte einen Onkel, der Kaffeebauer ist in Guatemala und der hat dann da angefangen Kaffee zu verkaufen und inzwischen betreibt er, glaube ich, mindestens zwei Cafés. Eins im Foyer vom Theater in Bremen und eins nochmal im Schnorrviertel, also im historischen Viertel von Bremen. Und genau. Also das war einfach mit der Ladenpassage nochmal ein Glück, dass man da einfach ganz unterschiedliche Formate auch haben konnte, die einfach so ein bisschen auch auf Frequenz angewiesen waren. Das lief schon für die Nutzerin auf Übernahme der laufenden Kosten. Das heißt, die haben schon drei, vier Euro den Quadratmeter gezahlt im Monat. Was aber natürlich für Innenstadtverhältnisse trotzdem ziemlich günstig war. Und es war irgendwie im Prinzip auch immer ein Agreement mit der Wirtschaftsförderung, dass es da um Nutzung geht, die sozusagen nicht klassisch Konkurrenz machen zu den etablierten Händlerangeboten der Innenstadt, sondern in dem Sinne irgendwie Einsteiger, Neustarter oder eben andere Angebote machen. Und man muss sagen, diese Shopping, also diese Passage, die hatte eigentlich immer mit Leierstand zu kämpfen, weil sie einfach in so einer Lage in Bremen lag, wo einfach keiner mehr langgegangen ist. Das ist jetzt ein ganz aktuelles, aber auch schon länger laufendes Projekt. Das ist die Verwaltung von der Wurstfabrik in Bremen-Hemelingen. Ein industriell geprägter Stadtteil mit einem schlechten Image. Achso, ich habe es ja auch alles reingeschrieben. Das ist eigentlich so ein bisschen, man sieht es, da laufen zwei Eisenbahntrassen lang. Das ist eigentlich so ein bisschen der Herz der Industrialisierung in Bremen gewesen. Inzwischen aber ist die Industrie da im Wesentlichen abgewandert oder längst schon abgerissen. Diese Wurstfabrik und die benachbarte Coca-Cola-Abfüllung waren eigentlich so die letzten größeren Industrien noch in dem Stadtteil. Hemelingen, eben schlechtes Image, soziales Stadtgebiet, schlechte Sozialindikatoren. Und irgendwie, was ich vorhin schon sagte, so ein Stadtteil, wo die Leute erst mal denken, okay, da möchte ich eigentlich nicht hin. Und viele Leute eigentlich auch noch nie so richtig gewesen sind. Das war auch, also das, hier ist im Prinzip auch, da stehen die Leute dann vor dem Vörtnerhäuschen und meinen so, oh, ist ja viel näher dran, als ich dachte. Ich bin ja hier total schnell mit der Straßenbahn zum Beispiel. Und für dieses ganze Gelände hatten wir ein Konzept entwickelt, das sozusagen schon irgendwie so eine kleinteilige Untervermietung des Bürogebäudes vorgesehen hat. Also jedes Büro im Prinzip einzeln, nicht irgendwie mehrere Büros an größere Träger oder Institutionen oder andere, die interessiert sind, sondern wirklich an Leute, die vorher im Wesentlichen noch keinen eigenen Raum gehabt haben, die sozusagen auch sich irgendwie eigentlich keinen Raum hätten leisten können, weil gerade so kleinteilige Einheiten doch relativ teuer sind in der Regel, wenn man die mieten möchte. Und die natürlich trotzdem auch davon profitieren, dass andere Leute oder andere Nutzerinnen dort irgendwie auch gerade in der gleichen und einer vergleichbaren Situation sind. Eigentlich hatten wir auch immer noch das Konzept, dass man die anliegenden Hallen und so weiter da nutzen kann. Das ist bislang noch nicht so richtig realisiert worden, aber wir haben da immerhin eine Anerkennung im Deutschen Städtebaupreis bekommen, 2016. Und das war im Prinzip auch ein Prozess, der sich über ein Jahr gezogen hat. Also erstmal irgendwie den Eigentümer zu erreichen, das heißt, er hat erstmal auf unsere Ansprachen nicht reagiert, dann haben wir irgendwie über die Wirtschaftsförderung es geschafft, da erstmal den Kontakt herzustellen. Dann stört er sich natürlich auch heraus, so einfach ist das natürlich auch bei den Eigentümern nicht, weil die einfach niemanden bei sich beschäftigt haben, der sich um diese Immobilie kümmert, sondern das war dann der Geschäftsführer, nicht nur der alten Wurstfabrik, sondern von diversen Wurstfabriken, der sich dann die Zeit nehmen musste, um uns dann mal dieses Gebäude zu zeigen, also dass sozusagen auch die Struktur erstmal klar war, okay, die Struktur auf der anderen Seite ist jetzt auch nicht so flexibel, dass ich mal so eben schnell da was entscheiden kann. Und wir hatten dann aber die Möglichkeit, erstmal einen Workshop dort zu organisieren, mit Leuten aus dem Quartier, mit möglichen Interessentinnen, um auch erstmal zu erfragen, was so ein bisschen der Bedarf ist im Stadtteil. Das ist noch in so einer alten Lagerhalle da. Und wir haben dann nach und nach mit den Interessentinnen Besichtigungen in dem Gebäude gemacht. Man sieht das hier auch einfach inszeniert, mit Öffentlichkeitsarbeit entsprechend eingeladen. Fernsehen war da, die Zeitung hat berichtet natürlich, Social Media war wichtig. Und da haben wir dann sozusagen das ein bisschen inszeniert, also das bin ich da in so einem Kittel, der dann auch hing in den Schränken von der Wurstfabrik. Und die Leute sollten einfach erstmal ihre Wünsche hinterliegen und auch einfach sagen, welche Räume sie gerne nutzen würden. Das ist so ein bisschen, was ich gerade auch schon gesagt hatte, wir haben das ganze Gebäude gemietet, vermieten uns kleinteilig unter, treffen uns regelmäßig mit den Nutzerinnen, jetzt in Corona-Zeiten war es ein bisschen eingeschlafen und sind natürlich irgendwie so als ZZZ einfach auch das blindige Lied zum Eigentümer, aber auch in den Stadtteil und Stadtteilbewohnerinnen. Und letzten Endes irgendwie immer diejenigen, die schon auch dafür verantwortlich sind, dass da in dem Gebäude alles läuft. So, also jetzt nicht im Sinne, dass wir jetzt irgendwie auch noch die Leute alle coachen, aber natürlich schon irgendwie wissen, wer da was macht und auch die Leute so ein bisschen in Kontakt miteinander bringen können. So, und das, klar, müssen wir natürlich gucken, dass die Leute sich untereinander vertragen, dass das alles funktioniert, dass da sozusagen der eine nicht so laut ist, dass der andere nicht arbeiten kann. Das ist so immer das große Thema. Ich meine, das größte Thema ist tatsächlich immer, wer die Toiletten putzt. Bei allen Projekten mit mehreren, das ist immer, also, es ist einfach so ein Thema, das miteinander nutzend und wohnt, aber tatsächlich. Und natürlich, klar, manchmal auch bei zwischenmenschlichen Streitigkeiten sind wir das natürlich dann auch, die da irgendwie gucken müssen, dass wir das da schlichten und irgendwie eine gute Bahn bringen. So, wir machen aber auch regelmäßig Veranstaltungen, wo wir dann den Stadtteil einladen, sodass das so auch ein bisschen bekannt ist, was wir da machen. Also gerade die lokale Politik findet das natürlich total gut, dass auf diesem Gelände was passiert, weil die natürlich große Wünsche hegen, dass das Gelände entwickelt werden soll. Und das natürlich schon so als ersten Schritt sehen. Die Stadtentwicklung verkauft es natürlich auch entsprechend. Ja, wir machen da ja schon was. Die ZZZ ist doch da aktiv. Und es ist jetzt aber auch, muss man sagen, in die Rahmenplanung für das gesamte Areal mit eingeflossen. Also es war irgendwie klar, okay, es gibt ja so einen kleinteiligen Bedarf an Ateliers, an handwerklichen, ja, an Handwerks, Handwerk ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben ja jemanden, der irgendwie in drei größeren Büroräumen Taschen näht und ähnliche Sachen. Also es gibt eine Nachfrage vor Ort und die sollte sozusagen auch im Rahmenplan berücksichtigt werden. Und wir haben jetzt zum Glück gerade einen neuen Eigentümer bekommen, der auch das irgendwie nochmal so ein bisschen positiver sieht, also der das auch irgendwie aktiv hält und sich auch gerade vorstellen kann, die weiteren Teile des Areals wirklich niedrigstwellig zumindest in Nutzung zu nehmen. So, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, okay. Ich mache mal dieses Beispiel noch, weil das ganz gut ist, weil das nochmal so ein Open-Air-Beispiel ist. DKP steht für die komplette Palette oder auch das kleine Paradies. Das ist jetzt ein Projekt auf einer Freifläche, auch tatsächlich im gleichen Stadtteil. Auf einer Grünfläche, die ursprünglich mal als Erweiterungsfläche für ein Gewerbegebiet entlang des Binnenhafens gedacht war. Das wurde aber so nie realisiert, weil es den Bedarf schlicht nicht gab. Sie war dann auch Teil von einer Ausgleichsmaßnahme, wo dann ein Sandstrand angelegt wurde mit EFRE-Geldern, der dann aber nie so richtig angebunden war und eigentlich auch nicht genutzt wurde. Eigentlich waren da nur Anglerinnen und Hundebesitzerinnen, also was man jetzt nicht unterschätzen soll. Und auch Hundebesitzer brauchen ihre Flächen. Aber es war jetzt keine Fläche, die für die Anwohnerinnen aus dem Stadtteil wirklich von denen genutzt wurde. Und man kommt da ehrlich gesagt auch nicht mit dem Bus hin, sondern eigentlich nur mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und Immo Wischwusen hatte schon immer den Traum, er ist ein lokaler All-Star der Bremer Rap-Szene, also aus den frühen 90ern schon. Und der hat dort die Idee gehabt, er will eine Bühne bauen sozusagen als Zuhause von einem Musiker. Man machte eine Bühne aus Paletten und darum herum hat sich einfach ganz viel angesiedelt. Also es ist einfach eine große Fläche mit Konzerten, Veranstaltungen, aber eben auch mit Bar, wo man sich aufhalten kann, wo viele Leute einfach aus eigenem Impuls dann temporäre Bauwerke aufgebaut haben. Und das ist aber immer im Sommer sozusagen aufgebaut, kann dann genutzt werden, muss aber zum Winter hin dann wieder abgebaut werden, weil es auch eine Überschwemmungsfläche ist. Das heißt von Oktober bis März ist es eingepackt und eingemottet und dann wird es wieder aufgebaut mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Und im Wesentlichen ist es frei finanziert, genau. Und ich muss natürlich sagen, er hat es an einer anderen Stelle erstmal ausprobiert, es funktionierte ziemlich gut. Und dann an der Stelle kamen natürlich aber auch gleich dann relativ schnell Problematiken zu Tage, insbesondere was die Sicherheit angeht. Das heißt, die Sicherheit, also die Anfahrt der Rettungsfahrzeuge musste gewährleistet werden. Das ist im ersten Jahr sozusagen mit viel Augenzudrücken irgendwie gestattet worden, aber für das zweite Jahr musste dann schon nochmal ein Rettungsweg angelegt werden, was zum Glück über Gelder, die noch irgendwie da waren, aus dem Stadterneuerungsfonds möglich war. Was aber natürlich nicht gemacht worden wäre, wenn das nicht funktioniert hätte, schon ziemlich gut im ersten Jahr. Und wenn es nicht sozusagen auch noch diesen Strand einfach zusätzlich erschlossen hätte für die Himmelingerinnen. Und ich muss natürlich auch sagen, es gibt immer noch nicht so die Möglichkeit für ihn perspektivisch da ganz langfristig zu planen. Also inzwischen hat er so von der Lokalpolitik im Beirat so die Perspektive, ja auf jeden Fall die nächsten drei Jahre. Genau, Beschwerden von Anliegerinnen und Anwohnerinnen gab es, wobei das ist dann über so Schallpegelmessungen dann auch ausgeräumt worden. Beziehungsweise es wurde dann irgendwie auch klar festgestellt, die können das gar nicht gehört haben. So, die finden es einfach blöd. Haben dann behauptet, sie wären irgendwie lautstärkenmäßig belästigt gewesen. Kann aber praktisch gar nicht so gewesen sein. Ist aber tatsächlich auch bei anderen vergleichbaren Projekten immer wieder ein großes Problem, dass man natürlich viel oder wir viel auf der Suche sind nach Flächen, die gerade für solche Projekte geeignet sind. Und die, die schön sind, sind dann natürlich gerne in der Nachbarschaft zu anderen Nutzerinnen. Vielleicht nicht mal unbedingt Leuten, die da wohnen, aber Kleingärtner in Bremen gerne, die natürlich eigentlich nicht ab 22 Uhr da noch einen besonderen Schutz genießen, was Lautstärke angeht. Aber natürlich bei entsprechender Beschwerdelager und so weiter nimmt natürlich die Politik auch darauf dann Rücksicht. Und dann muss man natürlich gucken, wie man das irgendwie moderiert oder wie man da einen Kompromiss hinbekommt. So, und in dem Fall jetzt hier auch bei der kompletten Palette ganz wichtig, dass die Stadtteilpolitik einfach da ganz entschieden für das Projekt eingetreten ist und das einfach auch begrüßt hat. Und natürlich auch, dass es einfach gut angenommen wird von den Leuten aus dem Stadtteil, insbesondere aber eben auch aus dem ganzen Bremer Stadtgebiet. Und eben tatsächlich auch nicht nur so ein bestimmtes Milieu, sondern auch wirklich altersübergreifend. Also meine Eltern waren da auch schon so, fanden es gut, also das ist schon nicht jetzt so ein Spatenprogramm. So, ich übergehe die Sachen einfach mal, weil ich hier nochmal einfach nochmal sozusagen Ausblick zwischen Nutzung natürlich. In dem Sinne natürlich können ganz unterschiedliche Fragestellungen und Herausforderungen adressiert werden, weil die Räume, die dafür zur Verfügung stehen, natürlich auch ganz unterschiedlich sein können. Und es kann natürlich auf niedrigschwelliger Ebene erstmal etwas ausprobiert werden, bevor schon irgendwie langfristige Pläne und Investitionen getätigt werden. Und genau, Aufwand hält sich im Rahmen. Es passiert was, es sind auf einmal Menschen da an Orten, wo man sich das vorher nicht erwünscht hat. Und was ich schon sagte, es hält eigentlich inzwischen, was heißt gängige Praxis, ist das falsche Wort. Aber man merkt natürlich, dass es irgendwie etwas ist, was irgendwie immer mehr zum Standard wird und was aber auch irgendwie gefordert wird. So, wir haben gerade ein Projekt in Bielefeld, das wir so ein bisschen mit betreuen oder wo wir angefragt wurden für ein Gelände. Und da ist klar, der Umplanungsprozess, der dauert jetzt irgendwie fünf Jahre, bevor da irgendwas passiert. Und natürlich waren die Stimmen, ja, wir wollen jetzt aber nicht fünf Jahre warten, bis dann da umgebaut wird, sondern wir wollen eigentlich, dass jetzt was passiert. Und das ist natürlich der Punkt, wo man dann sagen kann, okay, das geht schon, aber eben sozusagen auf so einem Zwischennutzungsniveau. So, und ja, also wichtig ist insbesondere die Rückendeckung durch Politik und Verwaltung. Also, dass natürlich klar ist, okay, das ist gewünscht, das ist gewollt und wir finden dann irgendwie auch Lösungen. Und also gerade in Sachen Bauordnung, dass dann nötig auch irgendwie dann die Hausspitze sagt, okay, ihr könnt das dulden, das ist möglich so baurechtlich. Und wir verfolgen da sozusagen den Kurs, dass wir sagen, ja, ihr dürft das. Und ich glaube umgekehrt, man könnte genauso viele Wege finden, unter denen man das dann eben verhindert. So, das ist dann irgendwie auch ganz stark Auslegungssache. Genauso wie sozusagen mit dem Parkplatznachweis und so weiter. Da findet man ja auch Lösungen, wenn man das möchte. Und was natürlich aber auch auf Seiten der Nutzerinnen wichtig ist, dass man natürlich irgendwie rechtzeitig, dass man nicht nur schaut nach Alternativen bei Projekten, die sich etablieren, sondern dass man natürlich selbst auch, also wir gehen natürlich, das habe ich hier nicht mit drin, aber wir haben auch so ein Manual für die Nutzerinnen, wo irgendwie so ein bisschen aufgeführt ist, was sie denn irgendwie leisten müssen, damit ihre Projekte finanzieren. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass sie das Ende bitte mitdenken. Nicht, dass dann sozusagen einer dann irgendwie am Ende da alleine auf der Fläche steht und irgendwie die ganzen Paletten da wieder untertragen muss, weil alle anderen irgendwie schon in den Urlaub verabschiedet haben oder der Eigentümer auf einmal auf dem ganzen Müll sitzen bleibt. Also das sind alles so Sachen, für die wir natürlich auch diejenigen sind, die dann da im Zweifelsfall daran erinnern müssen oder wenn es nicht so gut läuft, natürlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir da unsere Zwischennutzerinnen sozusagen nicht rechtzeitig darauf hingestoßen haben. Genau, und Zwischennutzer, die mit in den Prozess der Weiterentwicklung einbeziehen, ist natürlich einfach eine Forderung, einfach zu sagen, okay, die Leute sind diejenigen, die sozusagen aktiv sind, die irgendwie eine Ahnung davon haben, wie das da vor Ort funktioniert. Die sollte man bitte auch irgendwie in die Entwicklung für die langfristigen Prozesse mit einbeziehen. Ja, soweit. Danke.